Herzlich willkommen zu einem neuen Video mit Broker Pinmax und meinem großen Konto. Ich handel 60 Sekunden bis 2 Minuten und mein Startrate beträgt hier 2000 Euro. Auto S Dollar sieht gut aus, hier steige ich gleich mal ein. Ich mache wie immer zwischen 2 und 5 Trades. Ich gehe nochmal rein, bin jetzt insgesamt 4 mal drinnen. Aktuell sind alle Trades im Gewinn. Aktuell ist der Markt sehr volatil. Da muss man als Anfänger sehr gut aufpassen. Ersten Trade habe ich gewonnen. Wenn du diese Strategie erlernen möchtest, dann bewirb dich für mein Privat-Einzelcoaching 10K pro Monat. Aber bitte nur bewerben, wenn du auch wirklich Interesse hast, das Traden zu lernen. Noch 10 Sekunden. Perfekt. Bis zum nächsten Mal. Adios. Anita.